Das ist eine brandneu entwickelte Lamellenschleifscheibe von der Firma Rodius mit einem weißen Kunststoffträger, im Gegensatz zu den alten herkömmlichen Scheiben mit Glasfaserträgern. Hierbei können sich die Lamellen mit dem Schleifen und dem Träger gemeinsam abnützen, sodass der Belag bis zum Schluss verbraucht werden kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020